Heute ist mein erster Tag in der neuen Schule. Ich bin schon so aufgeregt. Hoffentlich sind alle Kinder nett. Kommt mit zu den Sommers, kommt mit nach Burghausen. Wir zeigen euch ein Rutsch mit einer Welt. Los geht's! Hello, good morning, my dear friends. Hello, good morning, let's shake hands. Super gesungen, Anastasia. So, mit Englisch sind wir fertig für heute. Nach der Pause kommt noch eine kleine Überraschung. Was? Na, wenn ich es euch schon verraten würde, wäre es ja keine Überraschung mehr. Stimmt auch wieder. Wann sind wir da? Bald. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, so ein erster Schultag ist ganz schön spannend. Hoffentlich ist die Lehrerin nett. Wie heißt sie denn? Frau Schneider. Ganz bestimmt ist sie nett. Mein alter Lehrer hieß Herr Luft. Er war auch sehr nett. Er war immer so witzig. Er hat immer was zum Lachen gehabt. Oh, wir sind gleich da. Stimmt, da vorne ist die Schule. Ich lass dich dann kurz raus und muss weiter zur Arbeit. Schade, dass du nicht mit kannst. Das ist besser so. Dann lernst du die Kinder viel schneller kennen. Wir sind da. Ich wünsche dir, dass du heute einen schönen Start hast an deiner neuen Schule. Mach's gut. Tschüss Mama, bis nachher. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Ich kenne ja gar niemanden. Da ist sie ja. Hallo Ronja. Herzlich willkommen in unserer Klasse. Willkommen in der 2B. Das ist ja mal eine coole Überraschung. Endlich ist es ein zweites Mädchen da. Das ist Ronja. Dürfen wir Fragen stellen? Na klar. Wo kommst du her? Aus Burgstadt. Warst du in der Schule von Roxy und Rika? Ja, sie haben mich immer geärgert. Aber die anderen waren nett. Vincent war mein bester Freund. Er war echt nett. Wie alt bist du? Ich bin 8. So Ronja, schau mal, da hinten ist noch ein Platz frei. Zwischen Nils und Anastasia. Da kannst du dich hinsetzen. Danke. Der Platz ist echt schön. Pause. Ich bin Anastasia. Voll schön in der Klasse. Schön, dass es endlich ein zweites Mädchen dabei ist. Guter Schuss. Vorsicht. Das macht Spaß. Autsch. Das hat wehgetan. Oh, Entschuldigung. Nicht schlimm. Darf ich mitspielen? Aber dieses Mal schießt ihr nicht so hart. Du spielst ja super Fußball. Danke. Hast du Lust, mir heute Mittag mit mir Eis essen zu gehen? Oh ja, gerne. Ich bringe noch meine Schwester Emma mit. Tschüss, bis nachher. Tschüss, bis nachher. Wie war's in der Schule heute? Gut, wir haben eine neue Mitschülerin. Cool, wie heißt sie denn? Und wie alt ist sie? Ronja und sie ist acht. Heute Mittag treffe ich sie zum Eis essen. Gehst du mit? Oh ja, gerne. Ich will sie unbedingt kennenlernen. Na dann wünsche ich euch viel Spaß heute Mittag. Hallo, wer bist du denn? Hallo, ich bin Ronja. Ich bin neu hier. Als letztes war ich in Burgstadt. Na dann, herzlich willkommen in Burghausen. Weißt du, wo Emma und Nils sind? Hoffentlich sind sie schon auf dem Weg. Oh, schau mal da hinten. Da sehe ich sie schon. Hallo Ronja und Jasmin. Das ist meine Schwester. Hallo Ronja, ich bin Emma. Hallo Emma. Schön, dich kennenzulernen. Möchtet ihr ein Eis? Cool, danke Jasmin. Hier in Burghausen sind alle so nett. Mh, ist das lecker. Das ist mein Cousin Fini. Der ist aber süß. Wie alt ist er denn? Er ist zwei. Lass uns was spielen. Flecki, komm bitte. Schneller, schneller. Schubidubidu. Cool, kannst du Handstand. Aber nur mit Hilfe. Dada, Ronja. Dada. Dada, Furzelbaum. Ye, 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 ye. Dada. Au. Au. Nein, Finn ist gestürzt. Kein Problem, ich kann ihm helfen. Jederzeit habe ich ein Pflaster dabei. Das ist ja lieb von dir, Ronja. Dass du ein Pflaster dabei hast, das ist ja voll cool. Das habe ich immer dabei. Wenn ich groß bin, will ich vielleicht mal Ärztin werden. Wie meine Eltern. Fini, geht's dir wieder gut? Dada, Ronja, da, cool. Ronja, toll. Schön, dass du nach Bockhausen gezogen bist. Zwei Freunde hast du ja schon mal. Und in der Schule lernst du ja auch hin und sicher welche kennen. Ronja ist voll nett. Ich glaube, dass wir noch viel zusammen erleben werden. Und vielleicht sogar die besten Freunde werden. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und noch viel zusammen mit uns erlebt. Bis bald, eure Familie Sommer. Tschüss, eure Emma.